Wir suchen Dualstudierende, die mit Mut, Spaß und Leidenschaft unsere Top-Unternehmerkunden betreuen. Am dualen Studium an sich reißt mich auf jeden Fall die Verknüpfung von Theorie und Praxis. Mich begeistert immer wieder das Thema Startup-Finanzierung und Gründungen. Das ist der spannendste Bereich, den wir hier haben. Wir wissen nie, was auf uns zukommt. Jedes Geschäftsmodell ist anders. Man muss sich in kurzer Zeit immer wieder reindenken können in die neuen Unternehmen und Selbstständigen. Ich glaube, wenn man bei einer Commerzbank arbeitet, die weltweit agiert, hat man auch ganz andere Kunden als beispielsweise bei kleinen Regionalbanken. Was mich im Bereich der Unternehmerkunden schon immer fasziniert hat, ist die Verknüpfung, dass wir sowohl die privaten Finanzen als auch die geschäftlichen betreuen und ich mich immer wieder jeden Tag in neue Geschäftsmodelle eindenken darf. Da macht es Spaß, den Kunden zuzuhören, was sie bisher in ihrem Leben geschafft haben und wir als Bank können sie dabei auf diesem Weg begleiten. Und du dachtest, du passt hier nicht rein? Wir haben dich hoffentlich vom Gegenteil überzeugt. Komm zu uns und bewirb dich jetzt! 甚麼emenl? Das ist mir ein persönlich hunter. Komm zu uns! 余ğigungen Komm zu uns! W~~ Vielen Dank.